Moinsen liebe Gothic-Freunde und willkommen zurück. Ähm, ja, das letzte Mal haben wir Xardas aufgesucht. Wir haben das Rätsel mit den Golems, äh, naja, Rätsel nicht, aber wir haben die Golems besiegen können. Allerdings suchen wir jetzt noch einen Weg zurück, äh, in das Erdgeschoss dieses Turmes. Muss ich mal gucken. Also wir machen gleich weiter. Wir sollen jetzt einen Ork-Schamanen finden. Ähm, und zwar soll er sich in der Ruine einer alten Kastei ganz oben auf den Gipfel befinden. Ich weiß, wo das ist. Ich will aber wieder zurück, ähm, hier gibt's auch keinen Geheimgang, ne, hier mit so einem, mit so einer Fackel umlegen oder so. Wäre mal lustig gewesen. Nee, hier ist nichts. Hier ist nur dieser Beschwörungskreis. Allerdings, äh, kommen wir hier wohl nicht mehr runter. Also hier kann man nichts benutzen. Tja, da müssen wir wohl runterspringen. Hilft hier alles nix. Also wieder hoch. Hier ist auch nichts mehr, oder? Nee. Nee, geht's nur noch hoch. Was sagst du dazu, mein Freund? Oh, also ich finde, soll es hochgehen und runterspringen, ne? Naja, gut, dann machen wir das mal. Einfach mal die Leiter wieder hoch. Wir haben noch nichts Besseres zu tun hier. Jo, und dann, ähm, welche Seite, ja, hat sich erledigt. Wir haben dezent in der Wand festgesteckt. Äh, in den Boden, besser gesagt. Wir wurden artgerecht in den Boden gerammt. So, was haben wir hier drumherum noch Schönes? Hier geht's, hier geht's, hier geht nämlich noch einen Weg entlang. Gucken, was wir hier so tolles finden. Jo, einen schönen See. Ein Badesee. Hier könnte man so eine Strandbar eröffnen, wenn man nichts Besseres hier zu tun hat. Also, wer noch ein Urlaubsziel, äh, sucht hier im schönen Ork-Gebiet, ist noch, ähm, was zu haben, inklusive Gefahrenzulage. So, wo kommen wir denn hier unten raus? Ich glaube, ich weiß wo. Eigentlich will ich hier gar nicht her. Da oben sind noch, äh, ach komm, die machen wir mal, hä? Ich glaube, das sind Feuerwarane. Die erkennt man daran, dass die übelst viel Feuer spucken. Oder auch nicht. Oh, drei Stück gleich. Und aus drei macht null. Also, ich hab die Härte in Erinnerung, dass die so richtig Feuer, äh, feier, hm, dass die schön Feuer spucken und, äh, dass man da schön drin verbrennt und so, so hab ich die in Erinnerung. Kann allerdings auch unter LSD-Einfluss alles gewesen sein. Hier schön mit Farben und so, ihr wisst schon. Aber dann gucken wir mal hier weiter. So, da sieht's ein bisschen ungemütlicher aus. Jetzt haben wir denn hier noch keine Schlucht. Na, egal, wir gehen mal wieder zurück. Bevor wir hier rumirren und hier die Parts wieder verplempern mit dem Rumgelatsche. Also, wenn ich das Rumgelatsche rausgeschnitten hätte, möchte ich nicht wissen, wie viele Parts wir uns, äh, gespart hätten. Naja, letztendlich kommen wir eher am gleichen Ende raus, nur dass wir durch so einen Sumpf noch warten müssen. Naja, dann schauen wir einfach mal. Na, dann gehen wir wieder zurück. Hier kann man auch hoch. Allerdings, glaube ich, äh, bringt das nicht so wirklich viel. Na, das ist der gleiche Weg hier, wie es aussieht. So, hier sind wir wieder beim Eingang. Mit dem Gefolterten da oben über dem Tor. Hier könnten wir rein theoretisch mal hochjumpen, na, vielleicht ist das ja eine Abkürzung oder so. Gehen wir mal gucken. Ich mein, wir haben ja nichts zu verlieren außer Zeit. So, hier nochmal. Ja, und was bringt uns das jetzt? Mal wieder gar nichts. Es sei denn, es geht hier nochmal hoch. Sieht nicht so aus. Vielleicht auf der Seite. Okay, geht schon mal ein bisschen weiter rum. Aber ich glaube, das bringt alles nichts. Ne. Da ist nochmal der Sumpf. Oh, dieses sumpfartige, ähm, Gewässer. Also gehen wir hier wieder runter. Springen runter, besser gesagt. Und nochmal hier. Und hier. So, jetzt sind wir wieder in der Passage, wo die, ähm, Golems waren. Ja, und dann schauen wir nochmal. So, hier sind nochmal die Skelette wieder. Von hier kommen wir. Wo es hier lang geht, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Auf jeden Fall müssen wir da oben in diese Ruine rein. Ich glaube, das ist die, die wir da oben schön sehen. Da können wir wahrscheinlich einfach hier hochjumpen. Ich hoffe es doch mal sehr stark. Oder ich bin gerade total falsch. Das kann natürlich auch sein. Ne, das ist die nicht. Ähm. Ich glaube hier lang. Das ist nämlich da, wo wir das Secret gefunden haben. Ja, wo wir den Schalter an der Seite umgelegt haben. So, da ist das alte Lager wieder. Genau hier geht es hoch. Ich hoffe, das ist hier und nicht da. Ich glaube aber es ist, ich glaube es geht in beide Richtungen, oder? Aber hier sind wir die letzten Male immer hochgegangen. Und hier weiß ich definitiv, dass es hoch geht. Und oben sollten wir doch schon mal unsere Feuerbälle ausrüsten. Mach ich auch gleich mal? Nö. Jo. Feuerpfeil. Schön mit der brennenden Hand. Wenn ich das im echten Leben mache, ja, dann tut es ziemlich weh. Und dann wird die Hand ganz schön schwarz, also. Ach. Jetzt geh doch einfach. Ist doch nicht wahr. Mal es halt so. Der nimmt hier ganz schön scharfe Kurven. So, dann nochmal hier die Ebene hoch. Und dann müssten wir eigentlich auch gleich schon oben sein. So, Feinde sollten hier keine neuen mehr sein. So, hier sind auch schon die Ruinen. Hier sieht man die Wand. Also so ein Stück vom Turm. Der letzte Weg, bevor wir denn dann da sind. Und dann vollbringen wir eine Heldentat. Und lernen etwas. Also keine neue Fähigkeit, sondern eine, ähm... Wir bilden uns fort. Mit Weisheiten. So, denn jetzt... Ach, das Ding ist... Ist das immer noch offen? Denn jetzt ist hier ein Ereignis. Genau. Na, super. Hey. Hallo? Geht's noch? Ohne Scheiße. Ich hab die Eins ohne Ende gedrückt. Ja. Das ist so super, ist das. Ich drück hier stundenlang die Eins. Und der steckt den Kackfeuerball nicht weg. Naja. Hilft alles nix. Die ganze Schoße nochmal. So. So. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Aber weil wir jetzt so schlau sind, springen wir gleich hier runter. Ist das die richtige Richtung? Oh, ich glaub schon. So. Yay. Wir sind fast tot. Und nochmal. Yay. Und da war der Felsen im Weg. Ähm. Okay. Das kannst du jetzt nochmal. Das kann doch nicht so schwer sein. Okay, wir springen auf der anderen Seite runter. Das hat ja geklappt. Wenn auch so ein bisschen mit Bugs. So. Und zwar hier runter. Hier ist auch der Eingang. Yay. So. Das klappt nämlich ganz gut auf der Seite. Jetzt müssen wir uns nur wieder ein bisschen voll heilen. Was schmeißen wir uns denn diesmal ein? Ach, hier so ein bisschen Käse mit, ähm, mit Apfel. Und was haben wir zwischendurch noch hier? Ein Starkbier. Ja, du darfst auch ein bisschen... Ja, ich sollte nicht mehr trinken. Ähm. Ah, hier noch so die letzten Pilze wegballern, die wir haben. So. Ich weiß, das ist totale Zeitverschwendung, die ich hier fabriziere. Ah, hier noch eine Keule Fleisch hinterher. Und noch eine. Und... Ja, wir nehmen einfach einen Trank. Noch einen. Und noch einen. Und diesmal nehmen wir gleich den Bogen. Äh. Das möchte ich euch jetzt nicht mehr antun. Oh, jetzt habe ich mich so ein bisschen erschrocken, weil... Was hier so rumliegt. So, ich verspreche aber, ich werde speichern, bevor wir... Bei dem Kastell ankommen da oben. Einfach, um euch diesen Weg wieder zu ersparen. Vor allen Dingen mir und meiner Tastatur und überhaupt... Und ja, ich bin einfach nur zu faul. Den ganzen Weg wieder rumzulatschen. Denn wir müssen den ganzen Weg wieder hoch. Nein. Tja. Scheißsteuerung. Ne? Oh nein, das liegt nicht an meinen Skill. Ich vermute einfach, dass die Animation des Feuerballs wegstecken durch die Laufanimation unendlich unterbrochen wurde. Und ich deswegen den Feuerball nicht wegstecken konnte. Ja, das ist ärgerlich. Aber... Muss man mit leben. Ja, jetzt gehen wir den ganzen schönen, lieben, langen Weg wieder hoch. Genau, da ist der Weg nach oben wieder. Ja. Und der ist überhaupt nicht lang. Nein, nein, nein. Ja, ich werde mir... Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich werde mir eine neue Festplatte bestellen. Ich glaube, das interessiert mich keine Sau. Ähm... Damit kann ich dann länger aufnehmen. Joa. Ich habe noch ein paar andere Sachen geplant, wie ich meine Qualität noch ein bisschen steigern kann. Allerdings dauert das noch so ein paar Monate, da das ein bisschen ins Geld geht. Aber was tut man nicht alles, um euch zu unterhalten. Ja gut, ob sich das lohnt, ist wieder die andere Sache. Allerdings, äh... Macht mir das total viel Spaß. Und ja, warum nicht? Ich meine, ein Hobby kostet Geld. Wer was anderes sagt, ich weiß nicht. Also, egal was man für Hobbys hat. Ob das Auto, das kostet ein bisschen mehr Geld wie das hier. Oder, ähm... Ja, keine Ahnung, was ist jetzt noch so... Ja, Sammelkarten sammeln kostet Geld. Ähm... Letztendlich kostet jedes Hobby Geld. So, selbst Briefmarken sammeln, ja mein Gott, äh, kostet Geld. Auf Dauer gesehen, natürlich. Wer natürlich, äh, exklusivere Marken jetzt zum Beispiel haben möchte, der, ähm... Investiert auch ein bisschen mehr Geld in die ganze Sache jetzt. Ich meine jetzt nicht diese 55-Cent-Briefmarken, die man bei jeder Post kriegt. Also nicht, dass ich jetzt Briefmarken sammle oder dass ich das verachte oder so. Nein, nein, das ist einfach nur so eine kleine Anmerkung. Ähm, genau, speichern wollte ich. Also, neuer Spielstand, so überschreibe ich die ganzen Quatsch hier. Part 53, äh... So lange habt ihr schon ausgehalten. Mehr oder weniger, ich glaube, manche haben auch einfach nur ein paar Parts übersprungen. So, diesmal nehme ich gleich die... ...Armbrust nicht, sondern, äh, den Bogen. Und komm her. So, und bevor der... ...festhängt... ...schieße ich ihn kaputt. Das geht doch besser als ich dachte So Lang leben die Bugs So, ich kann die richtig schön mit dem Bogen hier wegknallen So, der ist auch gleich kaputt Nein, Urschank nicht Den brauchen wir, das ist nämlich der Schamane Wie sich der eine oder andere jetzt vielleicht denken kann Der greift uns auch nicht an Dank Schulden, Fremder Böse Orks töten wollen mich Alte Brüder seien heute Feinde Ja, der spricht fast so gebrochen wie ein Teletubby Wer bist du? Name Urschak Sein Sohn von Geist Menschen nennen Schamane Aha Woher kannst du unsere Sprache? Urschak gewesen Sklave bei Menschen in Mine Sein Gelaufen weg Seien viele Winter her Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf im Kessel darüber Ah ja Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urschak gefallen in Ungnade Haben beschmutzt Ehrfurcht vor Kruschak Glauben Kruschak sein böser Dämon Ah, Kruschak muss der Schläfer sein Was heißt Kruschak? Menschen sagen Schlafen Du meinst Schläfer? Ja Menschen sagen Schläfer Was weißt du über den Schläfer? Fünf Brüder seien gewesen Seien viele Winter vorher Waren Söhne von Geist Wie Urschak Fünf Schamanen also Haben gerufen Kruschak Haben besiegen wollen Clan von Feind Fünf Brüder von damals Haben gebaut Tempel in Erde für Kruschak Ein unterirdischer Tempel Zu Ehren des Schläfers Das muss Xardas gemeint haben Mit unter der Orkstadt Okay Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals Haben gegeben Herz für Kruschak Aber Kruschak gewesen böse Kruschak verfluchen alle Die bauen Tempel Brüder ohne Herz Nun seien tot und lebendig Seien beides Kruschak haben Herz von Brüdern Herz seien Kraft für Kruschak Was passierte mit den Arbeitern Die den Tempel erbauten? Kruschak verfluchen alle Auch die gewesenen Arbeiter Seien allen tot und lebendig Also der Urschak scheint auch erkannt zu haben Dass der Kruschak Also der Schläfer Äh auch böse sei Genau wie wir das auch annehmen Und ist deswegen Aus dem Dorf wohl verstoßen worden Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen Haben verschlossen Tempel Brüder von heute anbeten Kruschak Kruschak bekommt Opfer Damit nicht werden böse Urschak Opfer finden falsch Haben gesagt Kruschak böse Brüder wollen nicht hören Brüder sagen Urschak gehen Brüder schlagen Urschak Genau Ich muss in den unterirdischen Tempel Kannst du mich dort hinbringen? Urschak sagen Dank zu Fremden Fremde retten Urschak Aber Eingang von Tempel in Heimat Urschak nicht können gehen Heimat Verstehe Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück Nun dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen Brüder in Heimat Seien sehr stark Brüder seien sehr viele Fremde nicht gehen Viele Krieger Fremde sterben Andere Söhne von Geist in Heimat Machen fremde Feuer Dann Fremde sterben Okay okay aber ich muss einen Weg in den Tempel finden Urschak keinen Weg Fremde tragen Ulumulu Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standard der Freundschaft Brüder respektieren Ulumulu Fremde tragen Ulumulu Dann Fremde nicht sterben Genau mit dem Ulumulu können wir uns nämlich frei in diesem Orkdorf bewegen Weil die irgendwie Ehrfurcht Also Das Ding fürchten irgendwie keine Ahnung Auf jeden Fall werden wir nicht angegriffen in dem Orkdorf Solange wir das Ulumulu tragen Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremde gehen zu Freund von Urschak Freund von Urschak geben Ulumulu Fremde tragen Ulumulu Dann Fremde nicht sterben Ja ja das mit dem nicht sterben habe ich verstanden Aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urschak seien in Mine von Menschen Freund damals nicht laufen weg mit Urschak Freund damals gewesen krank Warst du in der alten Mine gefangen? Urschak nicht verstehen Warst du in der verlassenen Mine gefangen? Urschak nicht kennenwort Ja Warst du in der freien Mine gefangen? Urschak gefangen in Mine unter Dorf im Kessel Urschak glauben Menschen nennen so Danke für deine Hilfe Urschak danken Fremde Fremde retten Urschak Fremde nun Freund von Urschak Freund nehmen Geschenk Nehmen Talisman von Urschak Talisman schützen vor Atem Von Feuerwaran Urschak nicht können gehen Heimat Urschak nun hier wohnen Freund kommen wir brauchen Hilfe Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen Ja wir haben jetzt hier einiges erfahren Jetzt blenden wir aber erstmal die Leichen hier Ach die haben schon wieder nichts dabei Ähm Wir brauchen ein Ulumulu Von jemand Von einem Freund Von dem Urschak Der in einer Mine Ähm Gefangen war Oder immer noch ist Ähm Ich weiß allerdings nicht welche Ich Ich schau mal ganz kurz So Urschak Äh Der verwandte Schamane Verriet mir Den einzigen Weg In den unterirdischen Schläfertempel Unter der Orkstadt zu gelangen Ohne gegen alle Orks kämpfen zu müssen Ich brauche ein Ulumulu Eine Art heilige Orkstandarte Die von allen Orks als Symbol respektiert wird Ein Freund von Urschak Der in einer Mine Der Menschen gefangen gehalten wird Kann mir eine solche Standarte herstellen Ich vermute es ist die Freie Mine Also die von den Gardisten Überfallen wurde Ähm Weil da müssen wir eigentlich eh noch rein Für Eine Hauptquest unter anderem Und deswegen werde ich mich jetzt mal Ähm Auch wenn das Ähm Auch wenn ich falsch liegen kann Ich werde mich jetzt mal in Zu den Wassermagiern teleportieren Und zwar ist das die Sieben Um dann mal in der Freien Mine Die jetzt wohl nicht mehr so frei ist Aha Hier hat sich was verändert Hast du mit Xardas gesprochen? Hm Die ganze Sache ist anders als du denkst Was heißt anders? Er muss einen Weg finden Wie wir den Erzhaufen sprengen können Der Erzhaufen Äh Ist mittlerweile sehr groß Suche Xardas Er muss uns helfen Ja hab ich doch Wer bist du? Gut dass du kommst Ich habe schon auf dich gewartet Du hast auf mich gewartet Warum? Gorn wartet mich Dich bei deinem Auftauchen hier Sofort zu ihm zu schicken Was ist los? Er hat einen Plan Zur Befreiung der besetzten Mine Bewacht er noch den Zugang zur Mine? Ja Bitte suche ihn so schnell wie möglich auf Ah ich bin ja richtig Wir müssen jetzt tatsächlich zur Also jetzt besetzten Mine Ähm Ja einfach da rein Da finden wir glaube ich auch den Freund von Urshak Und bevor wir aber da hingehen Müssen wir glaube ich noch mit Wolf sprechen Denn er hat noch eine Aufgabe für uns Beziehungsweise so ein kleiner Schmankerl glaube ich Ich kann mich irren Aber ich meine das war so Ähm Jetzt verlaufe ich mich hier total So und jetzt helfen uns nämlich auch Gorn und die Söldner Die Wachen vor der besetzten Mine Ähm Zu töten Na So Ich suche eine bessere Rüstung Jetzt wurde einer von uns bist Kann ich dir eine verkaufen Ne Wir müssen doch erst nach Da vorne hin den Trigger auslösen Ich meine wir kriegen erst einen Hinweis Dass wir zu Wolf sollen Und darauf können wir ihn glaube ich erst ansprechen Ich bin mir allerdings nicht sicher Ich werde jetzt auf jeden Fall Gorn aufsuchen Die stehen nämlich immer noch da vorne Joa Und dann schauen wir mal Die Leichen haben ja schon alle geplündert Da an der besetzten Mine Unter anderem haben wir diese schicke Zweihandachs gefunden Ich finde die echt klasse Die gefällt mir super gut Als Magier muss ich mich leider davon verabschieden Wenn wir das neue Lager spielen Ist ein bisschen schade So Dann müssten wir jetzt gleich da sein Bei Gorn und seinen Kumpan So genau Da vorne am Gerüst Und da steht er Und müsste uns jetzt eigentlich annabern Du kommst gerade richtig Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor Die Rückeroberung der freien Mine Ist der erste Schritt Okay Eine Rückeroberung mit vier Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts Dafür sind Gomez Leute zu gut verschanzt Aber eine verdeckte Operation Bei der wir Mann für Mann ausschalten Könnte gelingen Lee bat mich dir etwas auszurichten Als einer unserer besten Söldner Wurdest du bestimmt Die Operation durchzuführen Ich werde mit dir gehen Gemeinsam können wir es schaffen Ich arbeite grundsätzlich alleine Der erste Schritt Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist Werden wir den Pass über die Berge suchen Den Gomez Leute für den Überfall benutzt haben Wenn der Pass dicht gemacht wurde Haben wir die Situation wieder im Griff Verstehe Jo Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen Dass du Mut hast Und gleichzeitig denken kannst Außerdem kennst du das alte Lager Und die Gardisten Besser als die meisten von uns Du bist der beste Mann Für diesen schwierigen Job Ja das hätte ich euch auch vorher sagen können Dass ich der Beste hier bin Warte mal Lass uns umgekehrt Kräftig in den Hintern treten Warum nicht? Ich muss ohnehin in die Mine Ähm Nochmal kurz mit den anderen ersprechen Bis später Hat er was damit zu tun? Sei gegrüßt Ne Ich will auf jeden Fall die Quest von Wolf noch haben Wie löse ich die jetzt aus? Hallo Ich will jetzt auch nicht hier den falschen Satz nehmen Warum nicht? Ich muss ohnehin in die Mine Was immer auch deine Gründe sein mögen Ich bin froh, dass wir diese Sache gemeinsam erledigen Hier Nimm diesen Schlüssel Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine Ja super Auf in den Kampf Ähm Sei gegrüßt Immer noch nicht Ich hoffe die folgen mir jetzt hier nicht Ne Doch Ah Ne das wollte ich nicht Du läufst in die falsche Richtung Wir müssen zur Mine Ich warte am provisorischen Wachposten auf dich Ja mach das Weil ich will doch Hallo Ne Bis später Äh Ich weiß auch nicht was ich vorher auslösen müsste Das ist jetzt ein bisschen blöd Aber ich schau nochmal Vielleicht ähm Kriegen wir die Quest ja jetzt endlich Ah Ach schon wieder zu weit vorne Der hat er immer noch nicht Ich suche eine bessere Jetzt wurde einer von uns besen kann ich Ne Das ist ein bisschen blöd jetzt Ähm Naja gut Ich würde mal sagen Naja gut also Mal hier oben gucken Vielleicht nochmal bei Lee vorbeigucken Vielleicht hat der noch was Ich hoffe es zumindest Ohrg und Lee Hallo Ähm 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 Sie sind so weit gegangen Naja das hatten wir schon Ähm Wie viele Lernpunkte haben wir jetzt eigentlich 15 nur Das heißt wir können Na wir brauchen 40 Punkte für die nächste Stufe hier Ähm Zweihandwaffen Naja gut aber bevor ich hier weitermache Würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Part wieder Also bis dann Tschüss